Was zur Hölle ist das für eine Strecke? Also, ne. Die sagt mir gerade wirklich gar nichts. Warte mal, wie ist die Daisy so gut oder sowas? Ich wüsste jetzt auch gar nicht, in welchem Cup die wäre, aber... Ja, okay, gut. Ich habe das Spiel doch schon über Jahre nicht mehr gespielt. Kann schon sein, dass da in meinem Gedächtnis die ein oder andere Strecke untergeht, aber ja, wirklich. Ich habe gerade... Ich sehe es halt nur unten gerade an der Ding, wie der Verlauf ist, aber... Es scheint ganz gut zu funktionieren. Okay, Leute, auf alle Fälle, wir kommen zu einer weiteren Folge von Mario Kart Wii. Ich wollte schon wieder Ach-Deluxe sagen. Ja, okay, macht der Gewohnheit. Hä, was ist das bitte für eine... Okay, da ist eine scharfe Rechtskurve. Alter, die... Ne, die... Was? Also, ich schlage mich gerade gut, okay, aber es würde mich nicht überraschen, wenn ich hier abkacken würde eventuell. So wie hier... Oh, ne, 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 ne. Powerblock gesaved. Okay, der knallt da rein. Und ich bin erstel. Ich bin erstel. Machen wir da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nicht wahr? Das wäre cool. Leider ist es noch nicht die letzte Runde. Sind die Hütchen eigentlich gefährlich, die ich hier habe? Scheint... Oh, oh, der hat einen roten, ne? Wartet. Oh, Gott, Alter, du Opf... Fuck nichts. Ich dachte, es würde sich ausgehen. Sorry an der Stelle. So, hier fahre ich einfach mal. Man kann da oben auch fahren. Ja, nice. Schön, dass ich das jetzt sehe. Ja, okay, muss man ja, weil sonst wird da oben keine Itembox sein. Aber ob das wirklich so viel bringt? Möge man bezweifeln an der Stelle. Da ist wieder irgendwer mit einer hässlichen Wolke. Aber ansonsten ist die Strecke ganz gut übersichtlich, deswegen... Na, verdammt! Natürlich muss es jetzt in der letzten Runde sein. Ja, jetzt bin ich siebter. Mhm. Warte, vorher hatte ich noch eine Eins davor stehen, nicht wahr? Und das war nicht an der zehner Stelle. Kugelwilli, Kugelwilli. Genau, ramm alle davon. Mich hast du nicht erwischt. Ich bin für sowas zu erfahren. Wo komme ich denn da hoch? Da! Ah! Ja. Das war auf jeden Fall eine... Einerseits, okay, also die Strecke ist gar nicht mehr so schlecht, muss ich sagen, mittlerweile. Liegt jetzt nicht daran, weil ich gut abgeschnitten habe, aber ja. Plus 23, alles klar. 6000 Punkte heute. Kriegen wir hin, glaube ich. Minus 134 hat der eine bekommen. Oh mein Gott! Aus dem Leben gefetzt. Ich habe so ein mieses Gefühl, dass ich schon weiß, wie das Ganze heute noch enden wird, weil gerade jetzt, wir sind zwar zwölf Leute, aber vier haben tatsächlich vorhin Regenbogenboulevard gewählt. Das ist für mich schon so ein Warnsignal, genauso wie wenn einer Babypark wählt auf Mario Kart 8 Deluxe. Und der heißt dann Kino. Ihr wisst ganz genau, was da kürzlich erst passiert ist. Aber wo fahre ich denn lang? Ja. Also das mit... Ich war gerade verwirrt ein bisschen wegen der Itembox. Ihr habt das gesehen. Die Fake-Item-Box... ...hat mich fast erwischt und die Bombe war leider ein Volltreffer. Juhu, und damit ist mein Königspilz weg. Ja, man verliert tatsächlich noch die Items an der Stelle. Hier. Wenn es Bum-Bum macht oder irgendwas ähnliches. Aber ich kriege einen neuen, nice. Trotzdem, das war gerade mega gemein. Okay, hier kann man ja mega shortcutten, das muss man auch zugeben. Trotzdem, da hat irgendwer... Nee, ich hab's rechts gesehen. Bitte fahr vorbei, Junge. Bitte fahr... Nee! 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 Ich hab's dir abgegeben. Oh, danke. Dafür nehme ich den Roten gern in Kauf. Und einer ist komplett lost. So Mario. Aber er kommt schon nach. Er kommt schon nach. Oh, ein Stern. Das gefällt mir. Das gefällt dem Markus. Wen wir jetzt erwischen. Okay, die sind ja relativ weit vorne dabei. Ja, ich glaub... Ich mein, wir können mitmischen. Das ist alles ganz gut. Aber mehr wird's noch nicht... Ich glaub, ein erster Platz wird ein bisschen schwierig werden. Vor allem, wenn ich sehe, wie weit vorne der da schon ist. Und... Nein, 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 nein. Oh, Mann. Ich kann's abwehren, den Powerblock, aber... Hat mir jetzt in erster Hinsicht... Nichts viel gebracht. Huh. Ey, was ist hier für ein Massaker los? Junge. Also, Jungs, reißt euch mal zusammen. Ganz ehrlich. Das soll eine chillige Runde sein. Zwölf Leute im Limit. So, ich bin... Ah, ich bin Achter. Irgendwie hat sich das... Irgendwie hab ich mich grad so richtig weit vorne gefühlt, aber nee. War anscheinend wohl doch nicht der Fall. Vielleicht wird's noch... Ey, schon wieder ein Powerblock. Das ist doch echt ein Witz. Ja, ihr klauert den Blitz auch noch hinterher. Reicht dann langsam. Bitte irgendwas Gutes. Ein Roten, der braucht doch kein... 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 Ja, klar. Oh, das war der, was die 130 Minus vorher kassiert hat. Ich hab meinen Namen gemerkt, nämlich. Jetzt bin ich Zwölfter. Das passiert nicht, Leute. Das passiert nicht. Das passiert nicht. Ich brauch ganz schnell irgendwas Gutes. Okay, ein Stern. Damit bin ich immun. Bitte geh mir jetzt nicht zur falschen Zeit aus. Komm, komm, komm. Platz 6. Nein! Ich hasse dich, du... Du... Alter, du... Brechwurst. Ja, klar. Minus 160. Hab ich vor irgendwas gelabert von 6.000? Sind heute drin? Ja. Einfach abwarten, bevor du im Mund aufreißt, Markus. Du musst einfach abwarten. Du kennst das System doch schon seit 180 Folgen. Wohnblickstraße, alles klar. Das ist ja mal eine geile Strecke. Also, es sind halt bewegliche Sachen auf der Strecke, deswegen... Gerade das gefällt mir, Leute. Gerade das. Ihr kennt es ja. Zumindest auch wieder von Marokerdalux. Ihr wisst doch, wie sehr ich die Uber mag. Genauso wie Todsautobahn. Und das ist so in etwa auch irgendwie Todsautobahn, nur halt... ...mit ein paar mehr Kurven. Ja, und das war... Das war mega fies. Das war wirklich mega fies. Wär's auch wahr. Ich hab nicht hingeguckt. Ich werde dich ausfindig machen. Und eliminieren. Natürlich gibt's hier eine kleine Gefahr. Und zwar, hier sind Bomben auf der Strecke. Deswegen... Ja, Vorsicht. Ich fahre da vorne links Pferde. Und die machen natürlich auch großes Bum-Bum. Ah, jetzt hat mir der mein Item geklaut. Da war ein Router drin. Oh Mann, ich hätte Leute abfacken können damit. Das wäre cool gewesen. So, dann gönne ich mir das hier jetzt. Aber immer Vorsicht. Immer, immer Vorsicht. Ich mein, die Autos können mir eh nicht so viel. Außer, dass sie mich zerquetschen. Aber... Da troff ich... Oh, Bombe! Uh! Okay, die kam jetzt grad unerwartet. Da ist noch eine. Ja okay, da sind einige auf der Strecke. Da brauchen wir mal gar nicht reden, ne? Einfach nicht reinfahren. Einfach ruhig auf der... Oh Gott, ich hab von den Powerblocken heute genug. Wirklich. Das war jetzt schon der fünfte oder so, den ich heute spüren durfte. Ich mein, man kann die ganz einfach abwehren. Aber... Einfach die Sprungtaste. Aber... Trotzdem. Versteh ich allgemein nicht, warum man das eingebaut hat. Ich mein, das Item ist somit komplett nutzlos. Und... Nein! Oh Gott! Ich hab geknobelt. Ich hatte gehofft und ich hab versagt. Ja, das Glück ist halt nicht jedermanns Sache. Da wär schon die nächste Bombe gekommen. Ja, Safe Call auch noch. Aber ich bin noch vier... Tja. Ja geil, was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Komm her, Homie-Bab. Nein! Bitte rampt mich, Leute. Ne, es rampt mich natürlich keiner. Diese Scheißwolke. Jedes Mal. Jedes Mal muss ich zur falschen Zeit kommen. Ja, was soll ich jetzt tun? Einfach heran, weil ich kann... Aua. Ich kann natürlich gar nichts tun. Autsch! Hey, was war denn das schon wieder? Ich werde nicht grad durchgereicht. Kann ich bitte einen Königspilz? Okay, nice. Den, die mich dankend an. Ah, siebter Platz ist es nicht gut. Wieder Königspilz. Ja, damit kann ich halt nicht viel erreichen. Oh, der ist platt. Doch, vielleicht geht noch was. Den hole ich noch, den hole ich noch, den hole ich noch. Davon hat's geknallt, aber es reicht nicht mehr, oder? Doch! Nein! Scheiße, der war schon über der Ziellinie. Oh! Oder habe ich ihn noch geholt? Fünfter oder vierter? Bitte vierter, bitte vierter. Komm, sag ich, ich hatte ihn noch. Bitte sag das war desync. Komm. Mach mir einen Gefallen, mach mir einen Gefallen. Nein, es hat nicht gereicht. Ah, schade. Schade, schade, schade. Ja gut, aber so schlecht war die Folge doch heute auch wieder nicht. Aber, 6000 Punkte. Hieben wir uns für die nächste Folge auf. Ich meine, das wäre sonst langweilig, oder? Ne? Na gut. Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.